Aurum, Dein Impuls am Sonntag Ich singe nicht besonders gut, sagen die anderen. Ich selbst bin da natürlich ganz anderer Meinung. Jedenfalls, ich habe mir für das heutige Fest Taufe des Herrn einmal unsere Tauflieder angesehen im Gotteslob. Alte und Neue Um es kurz zu machen, unsere Tauflieder überzeugen mich nicht. Aber man kann an ihnen vieles ablesen. Nämlich eine Entwicklung. Die Blickrichtung geht seit Jahrhunderten weg von der Kirche hin zum Täufling selbst. In den frühen Taufliedern geht es um die Ehrfurcht vor der Amtskirche. Das, was wir heute in der Taufe für wichtig empfinden, kommt gar nicht vor. Nämlich, dass wir Anteil haben an Christi sterben und auferstehen und an den Gnadengaben des Geistes. Diese biblischen Aspekte der Taufe fanden erst nach Jahrhunderten Niederschlag in den zeitgenössischen Liedern. Die Taufe macht mir klar, auch wenn ich sie vielleicht als Kind ganz unbewusst empfangen habe, Christus ist mein Mittelpunkt. Aber die Taufe wirkt auch in meine Richtung, denn ich suche nicht nur die Nähe zu Christus, nein, er sucht sie auch zu mir. Und so kann ich, so kannst du ganz selbstbewusst sagen, ich orientiere mich an Christus, ich bin auch sein Mittelpunkt. Deshalb bin ich glücklich und dankbar, dass ich getauft bin. Aber Jesus hat mir mit der Taufe auch einen Auftrag mitgegeben, denn durch die Taufe bin ich Christ. Das heißt, ich muss und ich will die Gebote unseres Herrn leben und weiter verbreiten. Das ist meine Überzeugung, das trägt mich durch den Alltag und das soll auch andere tragen. Christus ist mein Schutzschild, mein Rückhalt, meine Hilfe, mein Gut gegen Böses und gegen böse Menschen. Auch im Übrigen gegen die Menschen, die denken, ich könne nicht singen. Sagne dieses Kind und hilf mir, ihm zu helfen. La 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 la. Bruder Michael Maceo, Kapuzinerposter Salzburg. Aurum. Dein Impuls am Sonntag.